Musik Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Sam Peters Geheimakte Spin-Off Und wir haben einen Stein übersehen Äh, schwerlich übrigens, weil der ist hier gerade mal so in der Ecke Und vielleicht die Lösung für unsere Probleme Deswegen schauen wir uns den erstmal genauer an Ein sonniges Plätzchen Auf sich hat Ein sonniges Plätzchen ist schön für Ameisen Ja Dann haben wir doch jetzt unsere Lösung Für die Limonade Die Limonade stellen wir auf den Nicht Also irgendwas Heißes hier Das heißt, Heiß ist irgendwie Hm, haben wir denn in der Szene noch was anderes übersehen Bevor ich zieh los durch den Also so heißt, dass wir hier eine Eisenstange drauflegen könnten und schmieden Ist dann wahrscheinlich nicht, nein Und in die Feuerstelle können wir den auch nicht tun Okay Vielleicht können wir die Batterien zum Explodieren bringen, wenn wir die hier drauf tun Nein, auch nicht Das Maßband Kann man in dem Stein auch nicht benutzen Und wir suchen ja nach wie vor noch Hinweise Ob wir, ähm Oder wie wir vielmehr Moment mal Der Schraubenschlüssel passt, aber ich hab nicht genug Muskelschmalz Die Winde bewegt sich keinen Millimeter Ja, da haben wir ja ein Rohr Der Schraubenschlüssel lässt sich ins Rohr stecken Und jetzt geht's Ja, damit kommen wir in die Kiste Und da sind weitere Sensoren drin Die Hebelgesetze sind dein Freund Ja Okay, machen wir mal auf die Fracht Dann gehe ich mal wieder meiner Lieblingsbeschäftigung nach Plündern Ja, da ist Spaß, ne? Ja So, nur noch Obst und Gemüse drin Das Grünzeug lasse ich aber lieber hier Schlafsack Solarpanels Ich hab's geahnt Noch mehr Sensoren Okay, ja, mit dem Schlüssel kriegen wir schon mal den Spind auf Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Sensorenausrichtung mit den Solarmodulen, die Sensoren befeuern werden Und dann, äh, das nehmen wir mal Na also, passt So, was haben wir hier? Einen Verbandskasten, den nehmen wir mit Noch ein Sensor, war klar Einen Brief, den lesen wir Einen Laptop, nehmen wir mit Ansonsten haben wir alles Na, alles raus Gut, dann lesen wir mal den Brief Wir lesen den Brief Der Brief hat der Professor zum Hochzeitstag von seiner Frau bekommen Nur langweiliges Gesülze Mein Liebling Ich hoffe, diese Grüße erreichen dich auch am Ende der Welt Die folgenden Zeilen zu unserem 22. Hochzeitstag Schicke ich dir ganz altmodisch und von Hand geschrieben Auf einem Bogen Papier Danke, dass du immer für mich da bist Was wäre ich ohne dich? Ich denke an dich und hoffe Dass du bald wieder zu Hause bist Und wir unsere Feier nachholen können So Nachdem wir das geklärt haben Äh, gehen wir mal wieder raus Achso, Laptop Aber wir gehen mal lieber Ich krieg's ja hier in den Rücken, wenn ich die ganze Zeit unter der Hütte hänge, ja? Dem Aufkleber zur Folge ist das der Laptop von Professor Hartmann Leider ist der Akku leer Also kein Thema, wir haben Batterien Äh Wo sind die Batterien? Ah, komm, komm her Da, Batterie Was soll ich denn mit einem Schlafsack oder was ist das da eigentlich? Na, wäre schön gewesen So, was haben wir hier? Ein Schlafsack Ein Schlafsack Kuschelig, warm und gleichzeitig auch der Kosename für meinen letzten Freund Ich check mal den Verbandskasten Oh Aspi Rien Mullbinden Ach, du liebes Lottchen Ich hatte mir ja immer bei den letzten Adventures Und ihr erinnert euch vielleicht gewünscht, dass man mehr Teile hat zum Kombinieren Das hab ich jetzt davon So, jetzt gucken wir uns mal die Sensoren an Ein Sensor mit einem Wirkungsbereich von 90 Grad Okay, 90 Grad ist zum Beispiel auch das hier Also Ein Sensor mit einem Wirkungsbereich Ja Den können wir also locker auf dieses Stativ klemmen 90 Grad Das sollte passen Ich nehme an Der Sensor gehört auf das Stativ Yo, was haben wir noch? Ein Sensor mit Dieser Sensor erfasst einen Bereich von 75 Grad Das könnte auch das hier sein Also das könnte eher 75 Grad denn 90 sein Aber ich weiß ja noch gar nicht, was man hier machen soll Von daher gesehen Das sind auf jeden Fall 90 Würde ich sicher sagen 90 Das sind auf jeden Fall 90 Das hier ist ein sehr weiter Winkel Das hier könnte auch 160 Grad sein Was haben wir hier noch? Dieser Sensor hat einen Wirkungsbereich von 120 Grad Aber das könnte man ja ausrechnen Innenwinkelsatz und so Also von hier nach da nach da Ist das weniger als 90 Grad? Ich weiß nicht Ist egal, wir wissen sowieso noch nicht, was man machen soll damit Hm, in den Ampullen ist reiner Alkohol Ja, reiner Alkohol bringt uns erstmal nichts Ein paar Schmerztabletten sind noch übrig Dann haben wir noch die Solarmodule Das mobile Solarladegerät muss vor Inbetriebnahme erst zusammengebaut werden Äh, ja Dann bauen wir es mal zusammen Äh Der Regler ist ein guter Ausgangspunkt Ich lass Ja Ähm Adapterkabel Netzteil Netzkabel Also das Äh Das werden wir noch brauchen Verbindungskabel Adapterkabel Tick, tick Zack So, und die Solarpanel Die müssen wir wahrscheinlich so zusammenbauen Dass die Erstmal müssen wir das hier drehen So Das drehen wir auch Und dann haben wir hier schon mal Den Anschluss für das Netz Äh, für das Netz Äh, für das, äh Ah, hier bin ich schon Für das Notebook Genau Okay, so Jetzt, äh, da müssen wir jetzt gucken Wo haben wir denn hier einen Eingang Oder wie können wir die Platten logisch anordnen Dass die alle ineinander passen Und haben wir hier überhaupt einen Eingang Da ist der Eingang Klack So Nächstes Panel ist Das Nicht Doch, das müsste aber richtig sein hier Ja, das sieht aber nicht richtig aus Äh Das hier könnte es auch sein Und das passt schon eher So, und dann Das hier könnte Jenes sein Passt Das hier So auch noch einmal drehen Ist das Dafür, dass ich Puzzles nicht mag Habe ich das eigentlich ganz gut hinbekommen, oder? Ja, damit können wir jetzt das Notebook benutzen Dann schauen wir mal, was uns das zu sagen hat Ich schließe das Solarladegerät an den Laptop an Notebook So, das Solarladegerät hängt jetzt am Laptop Fehlt nur noch etwas Sonnenschein Notebook Ja, jetzt wissen wir mal, wofür wir den Stein brauchen Notebook Notebook Ja, äh Der PIN wird natürlich das Hochzeitsdatum sein Ganz klar Und das ist dann der 020408 Ja, achso Und wie gebe ich das denn ein hier? Ah, was haben wir hier? Äh Das dürfte ein paar unschöne Kratzer geben Aber der Zweck heiligt schließlich die Mittel Soll das das Hersteller-Logo sein? Nein Erinnert mich eher an eine Hochzeitsanzeige Ja Ich will es doch einfach nur eingeben Achso, geht schon Äh 0 Was war das jetzt? Wo ist denn der Brief hin? Da Also 020408 2 0 4 Oh, Leute Ich wäre euch echt dankbar Ja Wenn ihr mich nicht immer so anschreien würdet Selbstverständlich habe ich mitgedacht Was ihr mal von mir denkt Habe ich euch erwischt? Schreibt es in die Kommentare Okay Ähm Scheint eine Art Tagebuch zu sein Schauen wir mal Klingt vielversprechend Viren, die für Evolutionssprünge verantwortlich sind Die Story wäre eine absolute Sensation Das stimmt allerdings Bei diesen Spukgeschichten was dran ist? Scheiße Womöglich sind die noch in der Nähe Ich sollte ab jetzt verdammt vorsichtig sein Zumindest weiß ich jetzt, wo ich den Professor finde Fehlt nur noch ein Hinweis darauf, wo genau diese christliche Mission ist Ähm Achso, wir sind überfallen worden Und äh Also Es ist nicht mehr sicher Deswegen sind sie so christlichen, äh Missionen haben sich durchgeschlagen Und das, äh Ja Möge Gott uns beistehen Keine Mails gespeichert Und um welche zu senden Hier hat Hartmann Bildmaterial zur aktuellen Expedition gespeichert Cool Die Karte des Lagers Ah Sehr gut Also Äh Hier ist die Hütte Da ist das Wasser Das heißt Wir gucken von hier Ich würde sagen Wir gucken von hier in die Szene rein Das heißt für mich Äh Das hier ist der 75 Grad Winkel Der hier hat 90 Der hat 90 Der hat 160 Und der hat 120 Eine Karte der Region südlich des Bosumtu Ah, das da im Westen muss die Mission sein Von der Hartmann in seinen Aufzeichnungen geschrieben hat Cool Das ist alles ziemlich cool gemacht Keine Vorhersage Ab und an muss auch der Also wir gucken uns noch einmal her Die Karte des Lagers Die Karte an Also 90 Grad Nach hinten Äh 90 Grad Also die beiden sind 90 Grad Dann 120 160 75 Eine Karte der Region südlich des Bosumtu Ah, das da im Westen muss die Mission sein von der Hartmann Deshalb bin ich schon wieder drin reingekommen Also 90 90 120 160 75 Es macht keinen Sinn Jetzt noch zur Mission aufzubrechen Nach Einbruch der Dunkelheit möchte ich mich nicht unbedingt allein im Dschungel rumtreiben Ich verbringe die Nacht hier im Lager Die Verfolgung der Wissenschaftler muss bis morgen warten Ich mag keine nächtlichen Überraschungsbesuche Also werde ich die Bewegungssensoren wieder aufstellen Und ein schönes, großes Feuer machen, das die wilden Tiere fernhält So, also 90 Das ist 90 Das Äh Ne, da ist das Wasser Also 90 90 Okay Ein Sensor mit einem Wirkungsbereich von 90 Grad Genau, der ist falsch Der ist nämlich 75 Ein Sensor mit einem Dieser Sensor erfasst Genau Zack Ich nehme an Der Sensor gehört auf das Stativ So, von da nach da nach da sind es 90 Grad Dieser Sensor hat einen Wirkungsbereich Falsch Ein Sensor mit einem Genau Den schrauben wir also da drauf Ich nehme an Der Sensor gehört auf das Stativ Jawohl So, dann haben wir hier Das waren 160 Grad Der Wirkungsbereich dieses Sensors beträgt 160 Grad Der hier hat 120 Nein, der hat 90 Auf dem Sensor steht Wirkungsbereich 90 Grad Genau, den müssen wir abbauen Und da kommt jetzt der 120er hin Ich nehme an Der Sensor gehört auf das Stativ Vorher haben wir ja auch schon gemacht Äh, genau So, Aspirin kann ich auch noch nehmen Schlafsack habe ich auch Kann ich zur Vorherstelle legen, oder? Naja Also Wenn meine Theorie richtig ist Und ich packe diesen Sensor auf das Stativ Dann haben wir diese Aufgabe gelöst Tja, und ihr ahnt ja schon Wie immer In einem guten Adventure Soll die Spannung aufrechterhalten bleiben Das heißt Ihr müsst schon wieder reingucken Wenn es beim nächsten Mal wieder heißt Der Garderol spielt Und zwar hier Sam Peters Geheimakte Der Spin-Off Hier in Deutschlands Selbsternannten Adventure-Kanal Und ich würde mich freuen Wenn ihr ein paar Kommentare und ein paar Daumen dalasst Einfach um zu zeigen Ja, Spielweite-Adventure Wir finden die cool Ähm, Abo würde ich mir auch freuen Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder Wahrscheinlich morgen Ansonsten seht ihr wann Andere fantastische Shows Oder diese Show weiterkommen Im Sinneplan unter tv.garderol.de Macht's gut Bis dann Tschüss